Philipp Mickenbecker gibt ein neues, erschreckendes Gesundheitsupdate. Der YouTuber kämpft zum zweiten Mal gegen den Krebs. Seine Chancen stehen schlecht. Der bösartige Tumor in seiner Brust befindet sich bereits im Endstadium. Das sogenannte Hodgkin-Lymphom ist mittlerweile so groß, dass sein Brustkorb offen liegt. Mit regelmäßigen Videos hält der The Real Life Guy-Star seine Fans über sein Befinden auf dem Laufenden. Dabei verheimlicht Philipp auch nicht, wenn es ihm mal nicht so gut geht. Erst vor wenigen Wochen schockiert er mit einem Madenbefall. Eine Fliege legt offenbar Eier in die eiternde Wunde, es sammeln sich hunderte Maden in seiner offenen Brust. Die Parasiten sind wieder draußen, gut geht es Philipp aber nicht. Die starken Schmerzen, die er seit dem Madenbefall hat, sind immer noch da. Und das sind nicht die einzigen Begleiterscheinungen, die dem 24-Jährigen zu schaffen machen. In einem neuen YouTube-Video zeigt er aktuelle CT-Bilder seines Tumors. Das hier oben, alles was hier hingehört, sollte eigentlich nicht hingehören. Also das ist jetzt der Kurschnitt, hier sieht man die Lungen und hier ist das Brustbein. Genau, wenn man hier durchgeht, sieht man hier, dass der Tumor an den Stellen irgendwie ein bisschen eingeht, da wo halt die Wunde ist. Hier oben ist die große Wunde. Ja, man sieht hier, dass es einfach riesig groß geworden ist mittlerweile. Das starke Wachstum bereitet Philipp mittlerweile große Probleme. Ja, das Hauptproblem, was ich im Moment habe, sieht man hier auf den anderen Bildern eigentlich ganz gut. Und zwar habe ich einfach in letzter Zeit ziemlich Atemnot bekommen, weil der Tumor hier unten das Herz verschiebt und das Herz in die Lunge gedrückt wird. Und ich von daher dann nicht so gut atmen kann, nicht so gut reden kann. Auch die Wunde auf Philips Brustbein wird immer größer und tiefer. Langsam kommt auch sein Inneres in dieser Gegend zum Vorschein. Man mittlerweile hat mir jetzt der Arzt gesagt, tatsächlich hier schon den Herzbeutel sehen kann durch die Wunde und auf der anderen Seite sogar schon das Lungengewebe sehen kann. Vor einigen Tagen wird dem Web-Videoproduzenten auch noch einmal mitgeteilt, dass die Mediziner ihm nicht mehr helfen können. Eine OP oder eine Chemotherapie würde er nicht überstehen. Trotz dieser traurigen Entwicklungen verliert Philipp seinen Kampfgeist nicht. Er kann selbst kaum glauben, wie gut es ihm trotz des riesigen Tumors geht. Halt findet der lebensfrohe Mann weiterhin in seinem Glauben. Anfang des Monats erklärt er bereits, warum Gott ihm so viel Kraft schenkt. Vor allem habe ich halt die Hoffnung, und ich glaube, die gleiche Hoffnung hat Hiob auch gehabt, auf ein ewiges Leben nach dem Tod, dass es da einfach weitergeht. Und ich glaube, dass es mir auch so eine Entspanntheit irgendwie gibt, egal ob es hier auf der Erde weitergeht oder ob ich früher bei Jesus bin. Dass es Leben in jedem Fall lebenswert ist, solange ich noch hier bin. Genau für diese positive Einstellung lieben Philips-Fans ihn. Und eines verspricht er ihnen. Er möchte sich schon bald mit einem neuen Video zurückmelden.